Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Kapitänvorstellungsvideo. Heute haben wir hier den Nobutake Kondo am Start. Es handelt sich um einen japanischen Schlachtschiffkapitän. Seine Basisfähigkeit ist verdeckt, verbessert die Tarnung ihres Schlachtschiffes, was eine sehr, sehr geile Basisfähigkeit ist, meiner Meinung nach. Wer kennt es nicht? Ihr habt ja teilweise relativ dichte Spawns, wo ihr direkt am Start des Gefechts dann aufgedeckt seid. Mit diesem Skill, wenn ihr den Kapitän relativ hoch gelevelt habt, könnt ihr dieses teilweise auf jeden Fall komplett vermeiden, was halt richtig geil ist, weil ihr kriegt natürlich diesen Early Damage nicht, was natürlich auch sehr wichtig ist. Und gerade die Schlachtschiffe haben ja eine relativ schlechte Erkennbarkeit im Vergleich. Dort bringen euch dann ja die Prozente von der Erkennbarkeit sogar noch am meisten. Von daher könnt ihr da wirklich die Verborgenheit verbessern, was richtig genial ist. In der ersten Reihe haben wir hier Arbeitsreichertag, verringert die Ladezeit des Schadensbegrenzungsteams, was auf jeden Fall nie verkehrt ist. Die Verringerung des Schadensbegrenzungsteams heißt auch einfach, dass ihr zum Beispiel schneller wieder euer Feuer oder euer Wassereinbruch quasi reparieren könnt, was dazu führt, dass ihr halt mehr Leben behaltet. Also es hilft euch auf jeden Fall, länger im Leben zu bleiben mit diesem Skill, was natürlich nie verkehrt ist als Schlachtschiff, weil ihr müsst ja schon in einigen Situationen schon viel tanken und mal auch das Feuer auf euch ziehen, um die Kreuzer und Zerstörer in eurem Team halt ein bisschen in Schutz zu nehmen. Von daher ist das ziemlich nice. Als zweites hätten wir jetzt hier noch Streithammel, verbessert die Torpedo-Ortung und verringert die Ladezeit der Hauptbatterie ihres Schlachtschiffes auf Kosten einer Reduzierung der maximalen Feuerreichweite. Dieser Skill ist auf jeden Fall auch ziemlich nice. Allerdings würde ich da vielleicht ein bisschen gucken, wie ihr selber halt mit den aktuellen Schiffen, welches ihr spielt, zurechtkommt. Ob ihr meint, die Range ist halt relativ hoch bei Afuzu. Die hat ja zum Beispiel schon eine gute Range. Dort könnte man überlegen, diese 10% einzubüßen. Allerdings würde ich wahrscheinlich bei den meisten Schiffen eher arbeitsreicher Tag wählen, weil man hier safe auf jeden Fall immer was von hat. Und hier ist halt so eine Sache, sage ich mal. Es gibt halt wirklich Situationen, wo es dann wirklich ärgerlich ist, wenn dann Breitseitenkreuzer minimal außerhalb eurer Range fährt und ihr könnt dann gar nicht schießen. Ihr habt zwar 10% Ladezeit weniger, aber ja, ihr könnt halt nicht schießen. Ihr wisst, was ich meine. Die Situation habt ihr sicherlich auch schon mal gehabt. In der zweiten Reihe haben wir hier einmal kreuzweise erhöht die Drehgeschwindigkeit der Hopp-Batterie, was natürlich auf Schlachtschiffen ist auf jeden Fall der untere. 0,6 Grad pro Sekunde sind es bei mir jetzt aktuell. Bei Stufe 11 wird natürlich dann noch höher. Stufe 12 sind es dann schon 0,9 als Beispiel. Ist auf jeden Fall nie verkehrt. Gerade die Schlachtschiffe haben natürlich eine relativ geringe Turmdrehzeit. Von daher, diese zu buffen ist nie verkehrt. Alternative wäre Stachelschwein, erhöht die Reichweite, Präzision und Treffgenauigkeit der Secondary-Batterie. Ist an sich auch nicht schlecht, aber ich sag mal, die japanischen Schiffe sind in der Regel, oder Schlachtschiffe, sind jetzt nicht unbedingt die Secondary-Monster. Von daher würde ich da lieber ein bisschen die Drehgeschwindigkeit verbessern, um einfach vielleicht die eine oder andere Salbe halt noch rauszukriegen. In der dritten Reihe haben wir hier einmal Gesinnungswechsel verringert, die für den Wechsel des Granatentyps erforderliche Zeit, wenn alle Hauptbatteriegeschütze vollständig geladen sind. Diesen Skill finde ich persönlich nicht so nice, weil in der Regel schießt man mit Schlachtschiffen sowieso eigentlich nur mit AP. Und selbst wenn man in manchen Situationen, wenn zum Beispiel ein DD quasi nur noch über ist, oder einen Schlachtschiff gut abwinkelt und man mit AP nicht durchkommt, bin ich halt nicht der Freund davon, die volle Salbe halt einfach zu wechseln, sondern dann schießt man die Salbe raus und lädt halt die nächste Salbe mit der richtigen Munition. Und dann passt das in der Regel schon. Von daher ist es halt immer so nicht so cool, meiner Meinung nach. Von daher würde ich hier auf jeden Fall den zweiten Skill Feuerwehrmann nehmen, verringert das Risiko eines Brandes und reduziert die maximale Zahl der Brände auf drei. Was halt richtig stark ist. Ihr kennt es ja, wenn ihr als Schlachtschiff teilweise richtig abgefackelt werdet, könnt ihr quasi bis zu viermal brennen. Einmal ganz vorne, einmal ganz hinten und zweimal in der Mitte. Mit diesem Skill könnt ihr halt nur noch dreimal brennen, was natürlich richtig geil ist. Und gleichzeitig die Ladezeit des Schadensbegrenzungsteams, aber auch dessen Wirkungsdauer. Das heißt, wir sehen ja mal unten gerade bei mir, bei der aktuellen Stufe, Ladezeit ist halt kürzer. Ihr könnt es halt einfach, ähnlich wie den ersten Skill, das harmoniert nochmal gut. Da habt ihr schon, in meinem Fall jetzt sogar 13% waren das jetzt, genau. Und zusätzlich Risiko eines Brandes geht um 5% runter. Es hat leider auch einen negativen Effekt. Die Dauer des Schadensbegrenzungsteams ist minus 30%. Da kann man sich jetzt denken, ist mir ja egal, wie lange das dauert. Hauptsache das Feuer ist aus. Aber ihr müsst halt bedenken, wenn diese Dauer kürzer ist, könnt ihr auch wieder schneller in Brand geraten. Von daher ist es halt schon ein bisschen uncool, aber trotzdem würde ich auf jeden Fall den Skill über den anderen nehmen. In der vierten Reihe haben wir einmal Streckenrekord in XXL, erhöht die maximale Reichweite der Hauptbatterie, was natürlich nie verkehrt ist. Also mehr Range sagt man niemals zu nein. Allerdings sind die Prozentzahlen jetzt hier auch nicht wirklich so riesig, würde ich so sagen. Wir haben jetzt bei Stufe 11 haben wir jetzt 2%. Das ist natürlich, ach geht so, sage ich mal. Nimmt man natürlich gerne mit. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall ja auch noch den Mechanikermeister als Alternative. erhöht die Menge an Trefferpunkte, die durch das Verbrauchsmaterial Reparaturmannschaft wiederhergestellt wird, verkürzt seine Ladezeit und fügt weitere Ladungen zu, was ich deutlich, deutlich, deutlich stärker finde, wie die paar Prozent Range, sage ich mal. Einfach aus dem Grund, ihr habt einmal, die Ladezeit ist kürzer, das heißt ihr könnt den Heal öfter einsetzen, also schneller hintereinander, nicht öfter. Denn die Menge ist halt auch noch um 6% höher, das heißt ihr habt einfach nochmal durch die Heals, bei jedem Heal, 6% mehr TP, die wiederhergestellt werden. Und zusätzlich habt ihr noch eine weitere Ladung von den Reparaturmannschaften, was halt richtig strong ist. Und ihr seht gerade schon, auf Stufe 16 unten würde man sogar plus 2 Ladungen kriegen, was halt, ist halt einfach richtig geil. Von daher, diese 2% Range würde ich auf keinen Fall für meine persönlichen Bedürfnisse tauschen wollen, weil ich habe schon sehr, sehr oft Szenarien, dass ich halt alle Heals durchgedrückt habe und dadurch halt wirklich mich nochmal richtig schön hochhealen konnte, nachdem ich am Anfang vielleicht ein bisschen zu deep drinne war und sehr auf die Fresse bekommen habe, konnte mich dann wieder zurückziehen, wieder hochheilen und dann wieder gewisse Aktionen im Gefecht machen, um das Game vielleicht noch zu gewinnen. Von daher Mechanikermeister finde ich ein sehr starker Skill. Dann haben wir hier noch die Legendary Skills. Dort haben wir einmal Wille zum Wiederaufbau, erhöht die TP-Wiederherstellungsrate, wenn die Reparaturmannschaft aktiv ist. Das harmoniert natürlich nochmal super hier mit dem Mechanikermeister zusammen. Von daher bast man das Ganze nochmal und macht den Mechanikermeister-Skill nochmal stärker, was natürlich noch geiler ist. Und als Alternative hätten wir hier Scherenlauf, verbessert die Ruderstellzeit und die Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterie ihres Schlachtschiffes auf Kosten der Treffgenauigkeit. Ach, da bin ich halt nicht so der Fan. Ich sage mal, 2% mehr Ruderstellzeit ist natürlich nicht verkehrt. Auch die Drehgeschwindigkeit nimmt man gerne. Aber 2% mehr Streuung, da finde ich halt auf jeden Fall Wille zum Wiederaufbau, gerade speziell mit dem Mechanikermeister in Kombination, einfach persönlich stärker. Und dann gehen wir nochmal zu den Inspirationen. Dort nutze ich auf jeden Fall den Andrew Cunningham. Dieser erhöht die Präzision der Hauptbatterie ihres Schlachtschiffes. Das ist natürlich immer geil. So genauer das Schlachtschiff ist, umso mehr haut es rein, sage ich mal, wenn man gut zielt. Von daher finde ich den Kapitän echt super als Inspiration. Und als zweites nutzen wir einfach nochmal den Charles Madden. Dieser verringert die Ladezeit und erhöht die Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterie, was halt auch wirklich geil ist. Kürzere Ladezeit ist natürlich mehr Damage, den man dann quasi raushauen kann. Und zusätzlich noch erhöhte Turmdrehzeit, also verringerte, sorry. Das ist halt richtig, richtig geil. Es gibt aber natürlich auch ein paar Alternativen. Zum Beispiel hier den Takeo Takagi. Dieser harmoniert halt auch nochmal gut mit diesem Mechanikermeister. Dort könnte man das Ganze halt nochmal ein bisschen stärker machen. Und zwar seine Fähigkeit ist, erhöht den Prozentsatz des erhaltenen Schadens, der durch die Reparaturmannschaft repaviert werden kann. Von daher bafft man nochmal diese Stärke mit diesen Skills, die man da unten hat und kann das halt nochmal verbessern als Alternative. Außerdem könnt ihr generell auch den Reinhard Scheer zum Beispiel für Schlachtschiffe als Inspiration nutzen, wenn ihr halt einfach das Gefühl habt, ihr brennt einfach viel zu oft. Dieser hat nämlich die Basisfähigkeit Feuerwehralarm, verringert das Risiko eines Brandes und die Ladezeit des Schadensbegrenzungsteams. Also dort würdet ihr auf jeden Fall nochmal so vorbeigen können gegen viele Brände, was auf jeden Fall nie verkehrt ist. Aber auch der Otto-Ziliax erhöht den Schaden der AP-Granaten ihres Schlachtschiffs, kann auf jeden Fall als Alternative auch verwendet werden. So, und ja, ich würde schon sagen, das war es dann wieder für heute, für unser heutiges Kapitän-Vorstellungs-Skillungs-Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Schreibt auch gerne eure Skillung in die Kommentare. Mich würde natürlich auch brennend interessieren, wie ihr den guten Kollegen hier skillt. Ich bin natürlich auch immer für Tipps offen. Aber das ist so meine persönliche Skillung, die ich auf jeden Fall nutzen würde. Ich hoffe, ich habe das relativ klar erklärt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein! Ciao, ciao!